hallo und willkommen auf meinem kanal und zu einem neuen video endlich mal ist ja wieder ein paar tage her das letzte aber gesagt ich habe ja gesagt ich stresse mich nicht mehr mit dem youtube aufnehmen wenn es keine zeit ist dann ist auch keine und man muss sagen ich habe natürlich auf das neue gewässer gewartet habe da ein bisschen am meer umgedümpelt um noch ein bisschen knete zu fahren man weiß ja nicht was der kram kostet sei es drum der kupfersee ist released und ja ortbott habe ich mir wohl natürlich kostet 10.000 der stuhl kosten tausender und da haben wir jetzt ein bis ich hatte gerade eben schon ein video aufgenommen aber schon mal dach kommen da ist gerade ein schöner sehr seltener reingebissen dann machen wir eben noch mal neu ist nicht schlimm jetzt geht die mittlere ab die mittlere route ist im übrigen die interessanteste wobei jetzt kommt hier auch ein seltener davon haben wir jetzt vier stück gegen gleich natürlich auch setup ein und wo wir hier stehen ja routen habe ich mir keine neuen geholt meine roll picker tun es genauso mit 30 kilo bremskraft schon knapp 30 kilo ich habe mir dafür die beluga er geholt drei mal die 6000 die ist ganz in ordnung und ich alle hier alle drei routen mit einem pop-up rick und damit schon mal bei dem dinge sind im endeffekt dann auf dem 27 kilo vorfahrer aufgebaut 1er haken habe ich einfach mal dran gemacht und hatte angefangen mit 14er pop-up banane war aber zu kleine fischer und nur schuppies also kommt knallen wir mal 20er pop-up dran mit banane geld bananen punch und dann habe ich mir gebastelt maismehl maisfeed pellets drei banane feed pellets 27 und 12 eine banane gemahlen und banane natürlich als aroma so jetzt haben wir hier den neuen stuhl bringt fünf komfort und wir stehen hier auch quasi wir starten hier dann lauft er hier rum bis er hier ankommt an diesen ja ich sag jetzt einfach mal kleine lichtung zwischen den bäumen hier und das ganze 20 meter clip einfach geradeaus vor euch raus und ich stehe jetzt eine stunde hier genau und wir sehen schon sehr schön 1 2 3 mal 4 mal den ogon ich hoffe ich sprechen so aus ist mir aber auch wurscht angefangen mit fünf kilo 9 kilo 11 kilo den haben wir gerade gesehen und dann kam gerade der hier und ihr seht schon hier doppelbeulie 1612 kokossahne der war auf banane aber alle drei anderen roten alle auf diesen doppelbeulie habe ich einfach mal angemacht hast du komm da test es jetzt mal so und dann haben wir noch einen super freak c2 man könnte auch eine grassorte sein vom namen her auf dem banane 20 pop-up lustiger weise hier habe ich jetzt wie gesagt kokossahne 16 und 12 pop-up das hat die seltenen gebracht ganz normal habe schon altes verwendet weil ich halt im inventar hatte hier zweimal kokossahne zweimal sahne kokosnusscreme und maismehl und hier habe ich drauf pop-up 16 plus mais oben drauf und ich glaube das dürfte ein bisschen anders sein ja ich könnte ja da auch mal das pva wechseln das nämlich ein anderes sehe ich gerade ist nicht schlimm weil wenn man mal guckt in die rekorde rein vom kupfersee ja diese dinkels bühler dinge alle hier auf einfach nur mais und schon ordentlich gewicht muss man sagen hier auch hier auch alles nur mit sahne weiß hatte ich auch kurzzeitig drauf jetzt gucken wir mal die hier da waren einige trophäen gerade guck mal nur auf banane gelb könnte ich schon mal probieren vielleicht kriege ich den dann auch als trophäe den hier banane gelb von auch nur auf dem scheiß mais alles klar ja der ist natürlich auch sehr schön nur alles hier kokossahne chrome hammerhaft oder haben bis auf der mittleren das ist die gute route nennen wir es mal mal gespannt was jetzt da kommt das könnte man einfach nur ein schuppi sein sei es drum dann ist das eben auch mal so also schnell wieder rein 20 meter clip ja das können wir mal probieren wie gesagt ich habe die selten alle mit dem doppelbeule hier bekommen und zu guter letzt gehen wir jetzt mal eben gucken was die geschichte denn so wert ist ein stündchen habe ich jetzt geangelt schauen wir mal kaffee war nix eben ein kleiner karpfen fischmarkt nach preis sortiert man sieht der bringt schon 32 silber für nur drei kilo 457 silber kann man nicht meckern auf jeden fall 83 silber 72 49 also das passt schon ganz gut ist ein level 29 gewässer wie gesagt und höre ich hoffe ich konnte euch mit diesem spot ein bisschen helfen könnt ihr gerne mal probieren und schreiben was ihr so gefangen habt ich schaue mich jetzt wieder im studio rein und wird noch ein bisschen angeln auf jeden fall mir macht es auf jeden fall sehr viel spaß hier ist mal was anderes auch mit den level beschränkungen bzw geräte beschränkung dürfte hier nicht größer als 6000 dran keine karpfen unten sind erlaubt finde ich eigentlich mal eine gute sache das finde ich jetzt ein bisschen hier also da hat man noch nicht mal die die gute route wobei die haben wahrscheinlich eine spezielle lackierung okay aber sagen wenn jetzt der hotpot damit bei wäre alles gut aber sonst 45 silber sind die normalen reisekosten war ich nicht also am meer habe ich mir den umgrenzten zugang gegönnt weil immer 100 silber ist schon hab ich und da ich oft am erwin hat sich das schon zehn mal ausgezahlt ja wie gesagt könnt ihr gerne auch mal hier probieren die stelle wie gesagt 61 62 hier oben an einem zwei meter loch da müssen wir ein clip 15 bis 20 meter ich habe 20 meter eingestellt funktioniert ja petri dank wir lesen uns und sehen uns ich wünsche euch schon das beste macht's gut und tschüss